Ja, Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde DBD mit dem komischem Squad. Wuhu! Ähm, wer ist denn alles dabei? Der Veto! Hallo, mit ganz viel Partyluftschlangen. Ja, Partyluftschlangen. Und die Valkyria! Hallo, jetzt bin ich dran. Hallo Fernsehen, hallo Mama. Und hallo Tiffi! Hallöchen mit etwas Glück heute mal. Eventuell. Wir haben schon Glück, das kriegen wir hin. Genau. Und du sowieso. Hä? Du hast das Glück gepachtet momentan, meine liebe Tiffi. Achso. Ja. Tiffi, der Generator! Ich hab's aber eben auch nochmal geschmissen. Oh. Oh, hallo. Ja, wir sind nämlich momentan mitten im Event. Was bedeutet doppelte Blutpunkte? Blutpunkte und jetzt haben wir gedacht, joa, dann schmeißen wir doch jetzt nochmal die Partyluftschlangen, die wir alle so im Gepäck haben. Jo. Wir wollen ja schließlich alle ganz viele Punkte haben. Genau. Wenn hier mal... Hat schon jemand da raus? Oh, Alter! Kate! Entschuldigung, aber hier klopft es. Oh, das ist, äh... Bili, billi! Oh, 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 oh! Tschüss, Peter! Warum ich? Weißt du, ich war der, der ihm am wenigsten getan hat, was ich ihm war. Hä? Ich hab ihm schon die Palette ins Gesicht geschmissen. Wie? Wie? Was? Ich hab ihm die Palette ins Gesicht geschmissen und war schon drunter weg und er hat irgendwie geschafft, mich durchzusehen. Ich weiß nicht wie. Kann mir das bitte einer erklären? Ich bin verwirrt. Alter, weißt du, wie viel Luftschlangen wir geschmissen haben? Ja. Woher weiß er so hundertprozentig, wo ich bin? Ich bin voll weit weggekrabbelt. Naja, okay, so weit auch nicht, aber ich bin weggekrabbelt. Dankeschön. Tschüss. Ich wollte nur mal sagen, ich spiele nur Clodet für die Partyluftschlangen, also müssen wir es auch bitte ausnutzen. Er ist hinter mir her. Ja, 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 ja. Ich guck mal, ob ich Vito holen kann. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich sehen, weil... Bei mir. ... glaube ich heute nicht. Ich hole dir! Oh Gott! Ich hab das Gefühl, Valkyria wird von Folge zu Folge lauter. Ja, ich auch. Ich hab mich schon extra leiser gemacht in der Aufnahme. Ja, aber nicht... Ey, ich heil dich schneller. Du kannst mehr erreichen als ich. Ja, er kommt grad zurück. Bitte nicht zu euch. Ach nee, er ist hier. Doch, er kommt jetzt zu euch. Als wenn er weiß, wo wir sind. Hallo? Alter, wir haben dreimal Luftschlangen. Ey, ich... Das kann er doch nicht bringen. Wir müssen überleben! Das geht's doch nicht! Er ist wieder bei mir. Ich hab ein bisschen Angst hinter dem Baum hervorzog. Ja, ich auch. Ich hab irgendwie Angst, gleich eine Kettensäge im Rücken zu haben. Ich glaub, er geht jetzt Richtung Tiffy. Ähm. Er ist da hinten beim Bus. Ähm, da bin ich auch. Das gefällt mir nicht. Ach so, das bist du! Dann geh ich nicht mehr zum Bus. Dann geh ich in die andere Richtung. Ich geh mal zu der Valkyria. Ich hab Herzschlag. Ich geh hierhin. Ja, er ist bei dir, Vito. Warum weiß er das so genau? So viel zum Thema. Ich werde lauter. Tiffy, wie sieht's aus? Holst du Valkyria? Oder... Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich bin bei der Valkyria, weil er nicht mehr hinter mir ist. Aber wo ist er? Ich hör nur ne Kettensäge hinter mir. Das weiß ich nicht. Er kann auch... Er kann auch so mega schnell hin und her gehen. Das ist so behindert. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui auch gerade. Vor allen Dingen hänge ich mir in diesem Spiel. Ich versuche dich mal zu holen. Oh, da ist Mr. Kettensäge. Ich habe noch keinen einzigen Gen fertig. Ja, meiner war relativ weit, aber dann kam Mr. Kettensäge gerade. Oh, er hat mich gesehen. Okay, ich bin weiter am Gen. Und ich bin tot. Nein! Ich habe Gen! Wenigstensätters. Wieso bist du tot? Hängst du schon zum zweiten Mal? Nein, aber ihr habt mich erst geholt, nachdem ich Struggle hatte. Tschüüüüüüüüü! Das ist Scheiße! Das war ne Fünf Minuten. Die guten Fünf Minuten. Mit Partyеловtschlank! Joa! Woher weiß er, dass es sie hinten... Ähm.. bist du dann auch tot? ja das kann ich nicht erzählen weiß ich habe sie hinten die ganze zeit in der ecke ich heile mich er kommt straight auf mich zugelaufen weiß sofort dass ich deine ecke sitzt das kannst du das ist normal funktioniert wir müssen gehen auf jeden fall noch fertig kriegen ja vito wen beobachtest du jetzt immer ja keine ahnung scheißegal dann können wir jetzt im tau und du guckst an lissi zu vorsicht er ist glaube ich hinter dir wem soll ich jetzt zuschauen lissi und huch was war denn das nein nein was geile aktion tippie ich habe das war ungerollt aber es hat geholfen das kannst du gerne noch mal so machen das war das war eine geile aktion ich weiß nicht wie du es gemacht hast es sah irgendwie aus als hättest du voll geleckt aber bitte nicht zu mir bitte nicht zu mir irgendwie kann als wir alle ja what the fuck tiffie tiffie mach weiter so finde ich gut naja oh alter tiffie du schlieferst weißt du das jetzt hat er schon gar keine lust mehr die kettensäge anzumachen ne ich merke das schon oh pass auf neun aber sehr sehr gut gekitet respekt oh oh jetzt haben wir ein problem jetzt weiß er wo ich bin such die luke lissi nein tiffie hing noch nicht ich lasse tiffie nicht zurück äh jau 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 also lissi bei dir ist es ja eigentlich so voll langweilig ne ja ich weiß äh tut mir leid hab ich wieder den schlechten zuschaupart erwischt entschuldige ha hübscher hin ähm ich glaube ich hab ein problem ja er geht auch schon hinten lang tiffie renn oh vorsicht er kommt von rechts ich nehme auf mich renn tiffie renn du kannst es erreichen ich weiß zwar nicht was erreichen aber du kannst es lässt du dich liegen nö ich hänge aber es zählt als sichere haken retter hast du gut gemacht lissi ja punkte hat schon jemand die luke gesehen nein ich sehe bloß tiffie am ende des horizonts jo das ist eine scheiß ecke da da bin ich auch zweimal dann von ihm geschlachtet worden oh oh nein ja gut du hättest das nicht sagen sollen tschuldigung habe ich dich damit beeinflusst tiffie nein eiskalt wow lässt er dich entkommen oh lol lol ich glaube der will mich immer in den keller bringen oh nein was ist das er rennt hinter dir ne 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 und tiffie ich komm zu dir ich komm nicht zu dir oh no ne ne n renn gegen die Mülltonne los ja ja tot oh hab mich grad schon gewundert warum das so laut ist aber da ist sie ja hier direkt gehangen worden schade ja nicht gehangen worden deutsch gut tot deutsch gut deutsch gut einfach tot ja wie er einfach auch nur eben geguckt hat und so hallo so gut ne ähm 13.000 gemacht und ja ich hab 8.000 gemacht bei drei Partyluftschlangen ja und ich hab 71.000 gekriegt also ne ich hab 71.000 insgesamt also ich bin bei 67.000 hab ich gekriegt das ist schon mal also Partyluftschlangen lohnt sich auch wenn die runde scheiße läuft oh halt warte ja Partyluftschlangen oh 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 ja bei mir ist es jetzt auch mehr jetzt jetzt wird's mehr ich bin bei 43.000 ja ich hab 33.000 insgesamt gekriegt ich find das leicht bescheiden 33.000 du hast doch viel mehr gemacht als ich du hast doch viel länger gelebt oh ja ja gut äh mehr sichere Hakenrettung deswegen aber du hattest auch eine egal neue runde neue runde aber schaut euch mal die Killerperks an okay neue runde ippi blutiful wird ja schon wieder war ich hier sowas kannst du ja mann ich bin halt nicht so egoistisch und mach nur für mich na Vito hä die beim Briefumschlage die geschmissen wurden die sind auch für alle dort wieder mach doch nach ne Oh, der Kettensägen, Heinz. Den brauche ich nie nochmal. Der kann mir gestohlen bleiben. Wo ist denn der? Weiß das jemand? Bei uns. Wo ist bei euch? Bei Vito. Bei der Scheune. Geht nicht zum Schweinebaum. Ja, ich bin ihm los. Also er ist bei Vito. Digga, das kann nicht wahr sein. Warum immer ich? Die Geschichte wiederholt sich. Weißt du, Frau Kyrie, du stehst die ganze Zeit bei mir. Und er nimmt mich. Ich bin ja auch weggelaufen. Ja, ich nicht, oder was? Nein. Er hat ja dich verpeilen können. Er ist übrigens nicht mehr bei mir. Er ist bei mir. Ja. Valkyrie, erholst du ihn, oder? Ja, soll ich halt längs. Okay. Oh. Ähm. Lass ihn einfach hängen, glaube ich. Aber, aber das tötet Menschen. Das tötet Menschen. Ja. Das tötet Menschen. Aber der Killer tötet Menschen auch. Er ist direkt auf dem Weg zum nächsten Überleben, den der gerade am Generator sitzt. Ja, das war ich. Ich sitze auch am Gen. Vielleicht lenkt ihn das hier ja jetzt gleich ab. Ja. Er slide zu dir. Ich slide weg. Oh. Tiffy, stay strong. Ich hole erst mal Vito. Ja. Äh? Jetzt komm. Was machst du denn? Was machst du? Entschuldigung. Ich will! Er rennt zu euch! Äh? Das war das. Kamera, was tust du? Oder wend ist er her? Ah! Oh Gott! Hast du mich erschreckt! Also hinter mir ist noch nirklich. Ähm. Da ist er. Er ist hinter dir her jetzt. Das ist ziemlich doof. Ich mach den Gen of X-Tension. Schon fertig. Ja, mach mal. Ich hoffe, ich werd ihn los. Fertig. Ich glaube, aber... Sieht schlecht aus. Ich schmeiß mal ein paar Balletten. Vito, Tiffy, wo seid ihr? Habt ihr die Möglichkeit, euch zu heilen? Ich werde auf jeden Fall grad wieder hersteigen. Ich bin da, wo ich... Meine Nase juckt. Ist er noch bei dir, Lizzie? Ja, also er verfolgt mich noch. Ich hör's zumindest die ganze Zeit puckern. Okay. Ich renne bloß einmal um die Scheune rum. Komm dann wieder durch. Oh, da ist er! Nein! Chris bin ich! Nein! Hm-mm. Sag ich doch, Chris. Nein, nicht hierher. Gut, dann nicht dahin. Oh, jetzt hat er mich. Entschuldigung. Alles gut. Ich renne in mein Reis. Jetzt darfst du laufen, wo du willst. Ich glaube, er verfolgt mich nicht mehr. Echt nicht? Nee. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Hoi, 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 hoi. Was ist denn das hier? Entschuldigung. Alles gut. Nur noch zwei Jains. Wir sind auf jeden Fall besser dabei als in der letzten Runde. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh mein Gott, war das so schlecht. Ich habe genau neben ihm gehackt. Oh Gott, war das große Lass. Alter. Er ist hinter mir hier. Das ist nicht schön. Aber wir müssen nicht hier noch. Oh, ich habe das Geld gestaunt. Hinter dem Schuppen ist noch ein Jam für sie. Also ich bin jetzt gerade bei einem, da ist allerdings auch Mr. Killer. Ja, Mr. Killer ist auch bei mir. Also ich bin bei Tiffy. Ja, ich auch. Ach, da hinten bist du. Ich bin an dem anderen. Gerade Grenze vom Maisfeld. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, aber er wird jetzt wahrscheinlich direkt mich verfolgen, weil ich schon einmal hin. Ja, nee, der bleibt irgendwie hier in den Kreisen. Nee. Und jetzt ist es so aus, ist aber schon Vito rennt auf mich zu. Dann renne ich auf Tiffy zu. Und ich mache jetzt den letzten Gen fertig. Ja, finde ich gut. Dann Tiffy nehme ich auch gleich Adrenalin. So, du, komm da mal runter. Das ist supi. Er ist nicht mehr hinter mir. Der wird garantiert gleich hier hinzuleiten und äh... Also ich habe gerade einen starken Herzschlag, aber ich fasse nicht. Oh, Herzschlag wird schlimmer. Er ist bei mir. Nein, geh weg. Das Tor ist nicht auf. Ich mache gerade das andere auf. Wo ist denn das? Hä? Äh... Oh, der komplett ging bei Ihnen in der Seite. Ja. Genau. Ja! Bis dann. Entschuldigung. Also Tiffy soll ich einfach bei uns? Ist auf. Ich probiere zu euch zu kommen. Ich hoffe, dass es hier irgendwo... Nein, ist es nicht. Ja. Wir hatten gerade Vorwarnung. Er ist hier. Die läuft genau drauf zu. Er ist hier. Er ist bei uns. Das gefällt mir nicht. Kann er nicht mal weg? Er will uns alle nochmal... Oh, scheiße. Jetzt bin ich aus Versehen rausgelaufen. Oh, hier ist eine Luke. Hier ist eine Luke auf. Geil. Die nehme ich. Die nehme ich. Ja. Ha. Ja. Mega. Wuhu. Ja, sehr gut. Mega. Vor allem, wie viele Punkte wir jetzt auch bekommen haben dadurch. Uiuiuiuiui war das in der Aktion schon wieder. Aber trotzdem nur 14.000. Also da habe ich mir jetzt gerade mehr erhofft, weil das war eigentlich eine echt gute Runde. Also ich habe in der anderen eben mehr Punkte gemacht als in dieser jetzt. Merkwürdig. Interessant. Naja. Noch eine. Ja, natürlich. Bis gleich. Also es fehlen jetzt tatsächlich noch 14.000 zu 10.000. Wenn wir das Ganze hier aufnehmen. Genau, das ist jetzt auch gerade drin. Also wisst ihr Bescheid. Geil. Ein Kuchen? Ja, das ist mein Kuchen. Mein Kuchen. Oh, ich will Kuchen. Ich will auch Kuchen. Vito, wann essen wir wieder Kuchen? Ich war tatsächlich heute überlegen, ob wir den Käsekuchen backen. Oh ja. Aber haben wir dafür alle Zutaten? Vorausgesetzt, die sind nicht verschimmelt. Bam, bam, bam. Äh. Naja. Die letzte Runde war echt gut. Hallo du. Hallo du da. Hey, drehe dich mal um den Wiederverein. Dankeschön. Oh, Gott sei Dank nicht ich. Hast du gerade gesagt, dreh dich um Mieterverein? Nein, Wiederverein. Achso, ich habe Mieterverein verstanden. Der gute... Oh Gott, der bitte. Hast du mich erschreckt? Wir beginnen die Runde. Äh, es ist der Geist. Der, äh... Zwei euch? Ja. Tiffi, der kommt auf dich zu. Ich verschwinde da mal nach der Nacht. Nee, da muss ich wieder so schreien. Ich habe Vorwarnung. Ja, sie rennt ja auch gerade an uns vorbei. Heide ist aber abgedreht. Dö, 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 dö. Ich habe nur das Schwabeln gesehen und dachte dann, hm? Das Schwabeln ist auch schön. Ja, das Schwabeln in der Luft. Ich hätte gerne ein Schwein und das würde ich dann gerne Schwabbel nennen. Ich hätte auch gerne ein Schwein und würde es Schwabbel nennen. Ne, Mabel? Ja! Wir kriegen beide ein Schwein und... Oh Gott. Wir nennen beide unsere Tochter Mabel und wir kriegen beide ein Schwein. Ja, Vito will aber kein Schwein. Aber ein Schwein! Ich habe letztens schon gesagt, ja, dann hol doch eins. Habt ihr gesagt, nee, das sagst du nur so. Jetzt will ich kein Schwein mehr. Und ich habe gesagt, okay, du nimmst doch kein Schwein, wenn du nicht möchtest. Ich habe Schwabeln gesehen. Bei mir nicht. Du bist aber nicht in meiner Nähe. Ich versuche dich zu holen. Oh, der Geist ist bei mir. Der Geist ist bei mir. Der Geist... Er blockt mich, der Penner. Was... Was ist er denn für einer... Blobben, der Geist. Ich hätte in der Schule nichts gelernt. Weißt du? Jetzt kommt der harte Diss raus. Who you gonna call? Ghostbusters. Ghostbusters! Ghostbusters! Oh, das trifft sich gut. Wo bist du hingelaufen? Da bist du hingelaufen. Ich stehe noch. Oh, hi! Hallo! Da will ich nicht hin. Jetzt schwupp machen. Schwupp und schwipp und schwibbidi wupp. Schwibbidi schwapp, schwapp, schwapp. Schwibbidi schwapp, schwapp, schwapp. Schwibbidi schwapp, schwapp, schwapp. Schwapp sitzen neben mir. Aber er ist ein richtig... ...gemeiner Mensch. Dass er mich da einfach so eiskalt blockt. Das war auch schon wieder synchron. Eieieieiei. Was? Wir beide? Ja, mit dem Runtergehen gerade. Who you gonna call? Ghostbusters! Ghostbusters! Ja, wenn die den austreiben würden hier... Ich hab Vorwarnung. ...dann wäre das viel einfacher. Eure Richt. Aber euch. Ja, da ist er. Da ist er. Wo? Der ist gerade in dem... ...Quadrat langgelaufen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist. Also ich seh ihn nicht. Ich geh jetzt mal Ghostbusters holen. Äh. Hm. Vito. Ich glaub, er wollte nur gucken, ob hier... ...der Jen... ...angefangen ist. Was? Es schwappelt bei mir. Wo bist du denn? Beim Lagerhaus. Okay, wir gehen nicht zum Lagerhaus. Ich hab hier direkt neben dem Haken ein Jen angefangen. Ja, ich auch. Direkt neben dem Haken, wo Vito hing. Ja, ich bin jetzt ja auf einer ganz anderen Seite der Map. Ja. Nö. Eigentlich nicht. Ja, relativ weit weg. Auf jeden Fall. Nö. Von mir aus schon. Ich hab ja ein... ...ne Kiste dabei. Das hab ich irgendwie verdrängt. Oh. Ist er bei euch? Bei dir? Er ist bei mir und er blockt mich und... Komm bloß nicht zu mir! Filler Betäubung! Entschuldigung. Der Gong. Oh, da hinten! Er ist sehr wahrscheinlich... Wie ist er so schnell da hingekommen? Weil er immer noch hier ist. Jetzt ist die Frage, ist er gleich immer noch da? Ich seh ihn nicht mehr schwabbeln. Der ist bei mir am schwabbeln. Und hinter Vito am schwabbeln. Oh, letzte Sekunde! Hat er euch gesehen? Anscheinend nicht. Der stand eigentlich eben direkt neben Vito, aber... Anscheinend... Hab ich tatsächlich nicht gesehen, dass er neben mir stand. Hab gesehen, dass er von dir auch... Oh nein, der macht den Jen kaputt. Den Jen im Quadrat? Nein! Ja! Aber der Jen ist halt schon richtig weit. Ja, ich weiß. Den musst du gleich mal... Ich probiere zu hinkommen. Ja, ich bin nämlich direkt hier. Hab ich gesehen! Bitte nicht ins Lagerhaus. Er geht zurück, er geht zurück! Hat er mich gesehen oder was? Weiß ich nicht, aber er geht zum Jen. Kann man nicht hier hin? Ich glaube ja. Ah, scheiße! Nicht in unsere Richtung. Ich bin leid. Tschüss. Alles gut. Lasst mich erstmal liegen. Nein, lasst mich liegen! Äh, kein Schwein. 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 Das war eine dope Aktion. Ja, ist korrekt. Vercuria, heil dich voll. Er nimmt mich. Und er bringt mich zu unserem Jen. Das heißt, wer auch immer mich gleich holt, macht erst den Jen. Schneller, 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 schneller. Er kommt. Er kommt, Vercuria, er kommt. Er rennt dir hinterher. Ich hole sie. Nein, nein, nein. Du machst erst den Jen. Okay. Warum eigentlich immer ich? Warum ich? Ich hab dir nichts getan, außer deine ganzen Opfer zu heilen. Ja, so ist das. Das kann, ja, als ob. So ein gemeiner, ja, Rampata-Kata. Gesundheit? Ja, das war zensiert. Ah, achso. War russisch. Ha, immer die so russen. Es ist schlimm. Er rennt wieder genau in eure Richtung. Ah, scheiße. Ja, er weiß, wo wir sind. Tifi sitzt gerade am letzten Generator. Jo. Nooo. Schaut so aus. Ich bin gleich fertig. Er rennt jetzt Lizzie hinterher. Ja. Er hat mich liegen gelassen. Nein. Dann komm ich nicht durch. Jo. Hat jemand Adrenalin mit? Nein. Super vorbereitet mal wieder. Hier ist ein Jen, äh, ein Jenntor. Ich glaub, er rennt geradezu wieder zurück. Ja, er ist bei mir. Ich will dich schlagen. Nein. Du bist so ein... Niemand entrinnt dem Tod. Nein. Wenn ich dich mal auf der Straße treffe, Kollege, ey, dann hast du keine Nase mehr. Dann hast du keine Nase. Ich sehe, wo Tifi ist. Ich probiere, dahin zu krabbeln. Der ist direkt jetzt hinter mir. Oh. Ja, gut. Der Letzte sucht die Luke. Oh Gott, geil. Gut, ne? Das war eine nicht so gute Runde. Ja, doch, eigentlich schon. Wir sind ja bald gekommen. Also hier in dem Viereck ist sie nicht. Also hier in diesem Grasstück ist sie auch nicht. Also ich sehe wohl das Toll auch. Ich glaube, er kommt zu mir. Ich versuche gerade... Nimm mich! Nimm mich als Nächster! Nimm mich! Ja! So, Leute. Viel Glück! Ja! Yippie! Oh Gott, ich hing noch nicht. Ja, dann musst du probieren, runterzukommen. Ja! 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 Guck! Ja! Ja! Ich wollte doch hier hinkrabbeln und suchen nach der Luki. Also hier bei mir ist sie nicht. Ich hänge. Ja, das sieht super aus. Wollen wir mal ändern hier. Ja, der hat mich irgendwie, weiß ich auch nicht, warum. Ähm, woher weiß er da ganz genau, dass ich hier bin? Ich liege tausende von Metern von meinem Todesplatz weg. Ja, ich auch. Also. Und da ist er, ja, zack, mitnehmen. Und wenn er schon wieder so einer ist, der keine Perks hat, wie die Kinder davor, dann drehe ich noch durch. So, ich liege jetzt in den Boden raus. Dann gibt es Krawall und Remi, Demi. Ja. Ich bin sehr, er weiß ganz genau, wo ich bin. Nee, das kommt nicht. Aber er ist da richtig zu, irgendwie. Ja. Hat er vielleicht Geflüster oder so? Obwohl, das geht ja auch nicht so weit. Geh weg! Blöder Mann. Vor allem erst so voll happy und dann noch. Und ich verstehe auch nicht, warum ich dich nicht vollgeheilt habe. Das ist genau wie in dem vorletzten Part. Nee, gar nicht wahr. Part 40 wirst du das gewesen. Nee, gar nicht wahr. Auf dem Schrottplatz. Ich weiß nicht, es war doof. So. Ja, als wir zusammen auf dem Schrottplatz waren, wir alle. Und die Anna, die uns immer beschmissen hat. Ja. Da hat Vido ja auch versucht, mich aufzuheben. Und eigentlich wäre ich schon vollgeheilt gewesen, aber irgendwie hat er abgebrochen. Und so war es bei dir eben auch. Das war echt nicht gut, die Runde. Merkwürdig. Niemand drin im Tod, schlampiger Schlachter, Pirscher und Schattengeborener. Okay. Aber auf jeden Fall gut. Pirscher, ne? Ja, gut. Ja, ja. Ja. Schlechte Runde. So ein Arsch. Ja. Naja, also das waren drei sehr, sehr schnelle Runden. Lizzie, Walte deines Amtes. Okay. Ich Walte meines Amtes und sage, das war eine... Hilfe. Das war keine Hilfe. Das war eine schwarze Runde für uns. Und dennoch waren die Runden gut. Aber wir verabschieden uns jetzt von Valkyria. Ich. Okay. Von Tiffi. Tschüssi. Und von Vito. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und auch ein... Schönes Tschüss von mir. Ja, ja. Schönes Tschüss. Okay. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.